Einige Minuten später Hatten Sie sich an die Verkehrsregeln um unentdeckt zu bleiben? Seine Gamepad ist halt voll Das ist dann echt schwierig, wenn man gut fahren soll Und in dem Spiel wird wenigstens eine Beschattung etwas realistischer dargestellt So, dass nicht irgendwie zwei, drei Fahrzeuge hinter der anderen Person fahren müssen Tiefen Du denkst, ich bin ein Idiot? Du denkst, du kannst dich auf die anderen Mädchen gehen, wenn du so fühlst? Was ist gut für Yang, ist gut für Yin Okay, okay, ich bin sorry, okay? Ich habe nie gedacht, dass du dich verletzt hast Ha! Keine Entschuldigung! So, wirst du sie jetzt verletzen? Bleib lieblich zu mir? Oder müsste ich einen anderen Mann finden, um mich warm zu halten? Lass mich sehen, was ich tun kann Hä? Ich glaube, so serviert man schnell mal jemanden ab Überwachungsbericht Überwachungsbericht Wir haben schon bald alle Akten, wie es aussieht Geburtstag der Zielperson 1. April 1990 Arbeit derzeit als Animierdame im Bam Bam Club Einem bekannten Triadentreffpunkt Kim geriet erstmals im Rahmen einer Routineüberwachung ihres Arbeitsplatzes ins Visier der Polizei Seitdem wurde sie mit verschiedenen Zielpersonen beobachtet Mögliche Informantin Nach dem Beginn einer Beziehung mit Sammy Ju wurden ihre Wohnung und ihr Mobiltelefon abgehört Eine vierwöchige Überwachung ihres Telefons offenbarte keine kriminellen Aktivitäten Ermöglichte uns aber die Identifizierung für weitere Mitglieder oder Partner der Triade Mit der Kim romantische sexuelle Beziehungen gepflegt Der Verfasser dieses Berichts empfiehlt daher die Rekrutierung als Informantin Als Druckmittel könnten ihre sexuellen Beziehungen dienen Und da deren Offenlegung für sie vermutlich extrem gefährlich wäre Ja gut, das könnt ihr jetzt vergessen, dass sie für uns als Informantin arbeitet Weiss ich aber jetzt schon eigentlich kein Bot mehr auf uns hätte Die Jade Statue zurückbringen Ja, nice Bringen wir doch die mal zurück Dann fehlen es glaube ich noch 2 oder 3 Nein, circa Oh Mann Oh Mann Wisse einmal jemanden anfahren, das war stimmt Wisse einmal jemanden anfahren, das war sie So, habt ihr es jetzt bitte? Danke. Danke. Rüster! Good, good! Thank you for the start. Seems as though they're all finding their way back to me now. Perhaps that was their destiny from the start. What does that make me? Oh, I have no doubt your return to Hong Kong will affect many destinies. Not least your own. Yeah? Surely, that's why you came in the first place. Maybe I just wanted to move back. Maybe. And maybe I decided to break my own rule and train a known triad for no reason whatsoever. But I think we both know different. What would you like to learn? Waze hat schon ein bisschen Gangster. Entwaffen sie die Gegner nach einem Sprint Tackling. Doppelter Sprung Kick. Eine Folge Combo nach dem normalen Sprung Kick. Entwaffen hört sich gut an. Oh, okay. Das war eine gute Entscheidung. Warte, Martial Arts Club? Ach komm, wir sind gleich hier, wieso nicht? Rennen Sie mit einem der Schläger um das Training zu starten. Wir werden das tun. Wir werden das tun. Wir werden das tun. Ich weiß nicht, Sie gerät in die Welt. Bitte schon. Geh! 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 Oh, yeah! Yeah! Nice! We're gonna fight or what? Bring it! Okay. Geh, Tatsuya! Oh, nice! Das Endwaffen finde ich gut. A und B drücken eigentlich bloß, die viele ihrer Angriffe blocken. Nutzen Sie alles, was Sie bisher gelernt haben? Ja eben das ist es halt. Ich kann mir das Zeug nicht merken. Halten Sie A und B. xxx halten. xxx halten. xxx halten. xxx halten. xxx halten xxx halten xx. ok Und noch der letzte Ringer, die hasse ich am meisten. Kommen Sie die Konterschläge und schwere Schläge um diesen Kellen. Okay, nice. Gut. I think we got it. Thank you, bye. Das war jetzt wieder ein gutes Training, würde ich sagen. Und jetzt Golden Coy, letzter Kill. Was ist das? Triaden Highway. Neuer Hinweis, Serienmörderhinweis. Hongkong und immer Regen, das ist hier in Hongkong. Letzter Kill, was bedeutet das wohl? Mrs. Chu? Sammy? Sammy? Dog eyes did it? Is that what Johnny told you? Nichts. Nichts. Aber. Das ist ein Leben. Das ist ein Leben. Ich bin Winston. Ich bin Winston. Das ist mein Fehler. Ich鼓ate ihn. Jetzt. Jetzt. Ich bin zu ihm. Ich bin zu ihm. Natürlich. Gerne. Zu Dog Eyes versteckt gehen. Was ist denn das jetzt für ein Symbol? Soll das jetzt heissen, wir bringen Dog Eyes zu ihr und sie killt ihn dann und das war's? Mit Dog Eyes. Für alle immer. Was ist das jetzt schon wieder? Wieso fliegt hier denn fast durch die Gegend? Was ist heute los? Zuerst zwei Busse, die vom Himmel fallen. Und dann sowas. Fünfundzwanzig von vierzig. Okay, hier war ich noch nie. Mal schauen, wie Dog Eyes Versteck aussieht. Schade. Ich dachte, wir könnten die Kamera nutzen. Schade. Geheimnis. Los, los. 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 Los.